Hi there und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Persona Roblesions PSB. In dieser Folge kommt nur das Fazit. Da ich aber vorher nicht gewusst habe, dass das Fazit so lang ging, habe ich jetzt die Begrüßung einfach mal vorne herangeschnitten. In diesem Sinne geht's jetzt los. Viel Spaß. So Leute, nicht wundern, kleiner Cut an der Stelle. Ich muss euch traurigerweise sagen, dass wir wieder einen kleinen Zeitsprung gemacht haben. Wir haben jetzt nicht mehr Mitte März, sondern jetzt ist mittlerweile der 14. Mai. Nachdem ich hier das Spiel durchgespielt habe, dachte ich mir so, okay, machst du mal kurz Pause, denkst dir drüber nach und ja, jetzt sind zwei Monate vergangen. Und ich glaube, es macht keinen Sinn, das Ganze hinaus zu zögern, nur weil ich vielleicht kein hundertprozentiges Fazit gebe. In dem Sinne ist es ja auch nur ein Zwischenfazit. Und ich werde jetzt wirklich ganz gechillt einfach mal probieren, die Sachen zu nennen, die ich nicht so gut fand. Weil die Sachen, die ich nicht so gut fand, sind mir besser im Kopf hängen geblieben. Und alles andere, was ich nicht nenne, ist jetzt einfach mal automatisch toll. Und sollte ich jetzt irgendwas vergessen haben, was ich bemängelt habe, schreib es einfach runter. Und wie gesagt, es ist ja jetzt nicht das Ende. Von daher sollte ich jetzt mir nicht den, schon wieder den virtuellen Strick hinnehmen und so eine Farce, so ein Theater draus machen. Also, ich glaube, es ist kein Geheimnis, wenn ich sage, dass mir ab und zu ein, zwei Gegner zu viel auf dem Bildschirm rumgetanzt sind. Und wobei, was ich ganz geil fand, war, ähm, die Lernkurve, ne? Ich meine, schaut euch wirklich einfach nur mal kurz, äh, was weiß ich, Part 1 bis 30 an. Also, sagen wir mal so zwischen 20 und 30 die Parts an, irgendein Part. Und dann klickt mal einfach auf die letzten 20 Folgen. Und ich finde das Hammer, ich hab's natürlich auch selbst gemerkt, aber ich find's so Hammer zu sehen, wie du dich bewegst in deinem Outfit. Nein, ähm, wie, wie ausdauernd ich geworden bin. Ich hab mich ja so hingestellt am Anfang und hab total die Krise gekriegt. Und also, da ging ja, ähm, so eine Dungeon ging ja da irgendwie, was weiß ich, drei Stunden oder so. Und, äh, die letzten, ich wage zu behaupten, dass wir die letzten, äh, sechs, sieben Stunden nur in dieser Avidia-World waren. Und da hab ich gar keinen Care mehr draus gemacht. Dementsprechend kann man sagen, dass ich schon ziemlich durch dieses Spiel abgehärtet bin. Ich hab mich ja immer so hingestellt und meinte, ähm, auch schon in anderen Let's Plays mal so minimal, ja, ich fand Persona 4, also ich fand Persona 3 von der Story her ein bisschen düsterer, aber ich fand Persona 4 besser, weil ich bei Persona 3 zu viel kämpfen musste. Weil, bei Persona 3, da musste man ja manchmal eine Stunde am Stück kämpfen. Was? Eine Stunde am Stück? Hm, hier musste ich manchmal fünf Stunden am Stück kämpfen. Dementsprechend, genauso wie bei God of War, weißt du, wenn du da wirklich mal so eine Hardcore-Spiele spielst, dann bist du total abgehärtet und ich würde, ich würde, jetzt hätte ich was beinahe Falsches gesagt, äh, ich würde mein PC, ja, wir wollen ja hier nicht, äh, auf Angehörige wetten, ich würde mein, äh, auf Verwandte wollte ich sagen, ich würde mein PC verwetten, dass, äh, wenn ich jetzt Persona 3 spielen würde oder das dann Let's Play, ich würde mich da, ich würde da so chillen, ich würde mir wahrscheinlich nebenbei einen Kaffee kochen, so geil wäre das, weil, ähm, ja, es ist halt auch die Sache, dass man, äh, auch dadurch, dass ich, ich, ich kenne ja, wie gesagt, 3 und 4, dadurch, dass ich jetzt den ersten gespielt habe, ähm, diese, diesen Unterschied zu sehen, weil es ist ja, ähm, so, dass zwischen dem ersten und dem dritten irgendwie so gute, äh, ja, zehn Jahre, ich glaube, Persona 3 kam 2007 raus, äh, liegen und, äh, Persona 3 hat ja eine Menge, Menge Preise gekriegt, äh, war das erste, äh, PS2-Spiel der Serie und hat dann quasi dafür gesorgt, dass das Ganze außerhalb von Japan ein Erfolg wurde und, wenn man sich die beiden Spiele so betrachtet, muss man einfach an der Stelle sagen, dass es, ich weiß nicht, ob es das richtige Wort ist, aber ich glaube, es ist ziemlich verweicht, weil man eben halt ab dem dritten Teil, ich weiß nicht, wie es im zweiten ist, wahrscheinlich eher nicht so, ähm, im dritten Teil dieses, ja, du bist halt ein Student und du machst halt Schule und du bist nur abends auf Bösewichtjagd und so, ich will nicht sagen, dass das Ganze schlecht ist, also ich finde beides gut, aber, ähm, ich würde schon jetzt mal so eiskalt behaupten, dass man, äh, das Ganze probiert hat, ein bisschen an den Auslandsmarkt, äh, bestimmt nicht das richtige Wort, anzupassen, jedenfalls, ähm, sehr interessant, das Ganze mal zu sehen. Die nächste Sache ist, äh, dass ich es nicht in Ordnung fand, dass die Charaktere unterschiedlich XP gekriegt haben, ähm, ich meine, ich bin ja wirklich einer, der sagt, okay, du sollst für deine Arbeit belohnt werden, deswegen finde ich es immer noch ungerecht, wo ich stehe, ähm, weil andere Leute sich nicht so viel Mühe geben, von der Hinsicht finde ich es cool, aber, ähm, ja, einerseits bin ich es halt nicht gewohnt und andererseits, das Problem ist halt auch, äh, ich weiß jetzt nicht, ob das immer rein zufällig, ob ich immer rein zufällig die richtigen Personas hatte, aber, ähm, es ist ja halt nun mal so, dass Ravon greift zuerst an und dann greift Maki zuerst an und wir, weißt du, wir hatten immer diese gleiche Reihenfolge und da ist es doch logisch, dass sich die rauskristallisieren, die zuerst drankommen. Ich meine, gut, wenn Ravon, äh, scheiß zaubert und der nächste ist gut, aber, so, weißt du, das ist so, ich meine, wenn ich weiß, der Gegner hat schwäche Wind und Ravon ist dran, dann probiere ich natürlich Wind einzusetzen und irgendwie, finde ich, konnte man das gar nicht vermeiden und wir sehen ja, was passiert, wenn man probiert, das Ganze wieder auszubalancieren. Es macht halt keinen Sinn, äh, einen Kampf acht Minuten lang hinaus zu zögern, damit einer mal ein bisschen mehr XP kriegt als der andere. Das fand ich nicht in Ordnung. Ich hätte es verstanden, wenn man auf der anderen Seite die, ähm, Reihenfolge einfach zufällig gemacht hätte. Äh, wie gesagt, das kann halt auch einfach rein zufällig so sein, dass Ravon halt immer die Persona mit der, äh, höchsten Geschwindigkeit hatte oder so, aber, äh, eher nicht so. Als nächstes hätte ich mich dann, äh, kurz nach dem Let's Play beinahe darüber beschwert, dass wir zu wenig, äh, Zwischensequenzen hatten. Ähm, ich fand, ich fand es nicht schlecht, dass wir für die PSP-Version ein paar richtige Zwischensequenzen gemacht haben, aber ich fand, da hätte man auch ruhig ein bisschen besser machen können. Also, so, so nach dem Motto, wenn dann richtig. Ich meine, da waren dann so Sequenzen, wo du beispielsweise, wo wir in diesem Unterbewusstsein waren, da haben wir diese Blasen gesehen, gut, äh, zwei, oder, oder hier als, äh, als sich diese, diese ganze Stadt in ein, äh, Schloss verwandelt hat. Oh mein Gott, das macht einmal Buben. Und, weißt du, das war so, da hätte ich es dann doch toll gefunden, wenn man beispielsweise eine Sequenz genommen hätte, wie, äh, der, äh, der Augenblick vor Kandori oder der Augenblick, wo wir die richtige Maki wiederfinden oder so, wirklich so eine Schlüssel-Szene und nicht einfach so irgendwelche, meiner Meinung nach, willkürlich herausgezogenen. Aber, ähm, ja, ich wollte dann, äh, fernab von dem noch so sagen, ja, okay, da hätte man vielleicht noch ein paar Zwischensekenzen mehr einbauen können. Ähm, im Nachhinein, nach dem ganzen Bearbeitungsquatsch, ich hab mich ja jetzt nicht zwei Monate, äh, Pause gemacht hier, weil ich das Fazit nicht hingekriegt habe, sondern weil ich den ganzen Scheiß übersetzt habe, ähm, hab ich dann feststellen dürfen, dass ich auch viele Sachen einfach nicht verstanden hab und ich es deswegen als, ähm, zu wenig abgestellten hab. Da waren ja teilweise irgendwelche Witze oder irgendwelche Schlüssel-Szenen, wie zum Beispiel, was mich sehr geärgert hat, war die Szene mit Kandori, wo Kandori meinte, er möchte, äh, der Menschheit helfen, indem er dafür sorgt, dass sie ihre Wünsche nicht mehr erfüllen können, damit sie nicht, äh, damit sie nicht ihren Sinn im Leben verlieren. Und letztendlich hat er aber, äh, sich selber als solch eine Person geoutet, deren Wünsche alle erfüllt wurden und der jetzt völlig am Ende ist. Ähm, das habe ich in der Zeit, in dem Moment eiskalt überhaupt nicht verstanden. Dementsprechend habe ich es so abgestempelt, als, ja, mein Gott, der hat sich hingestellt, hat gesagt, dass das total geil ist, fertig aus. Nein, da waren sehr tiefgründige Sachen, bei die ich einfach nicht gerafft habe, äh, weil ich, ja, inkompetent bin, sagen wir es nochmal eiskalt. Falls hier einer denkt, ich, äh, würde mich total geil finden und, äh, würde mich niemals kritisieren, da habt ihr das. Ne, jetzt mal ganz im Ernst, ähm, fand ich scheiße. Also, da gab's, ähm, ein paar Sachen beim Übersetzen, wo ich mir echt an den Kopf gefasst habe, wo ich mir so dachte, ey, komm, das kann's jetzt nicht sein. Da hast du jetzt ein Wort übersehen oder so und plötzlich kommt da ein ganz anderer Satz raus. Äh, dann gab's Sachen, die hab ich einfach komplett durchgeklickt, wo ich mir so dachte, schön, ja, weißt du, lass dir bloß keine Zeit, Junge. Du bist ja quasi auf heißen Kohlen, ähm, ja, das Phänomen hab ich ja schon erklärt und so. Also, da, da, da waren wirklich ein paar Sachen bei, äh, oder hier jetzt auch das Ende und so, ähm, ja, ist einfach doof, würde ich mal sagen. Und, äh, ja, wenn ich das jetzt privat gespielt hätte, ich hätte das ein oder andere Wort gegoogelt, aber ansonsten wär's wahrscheinlich auf dasselbe hinausgekommen oder, äh, ja, keine Ahnung, ich schau die Textbox so lange an. Ich meine, ich kann, ich kann's mir ja rausziehen, ne. Ich meine, wenn Kadori sich hinstellt und gequirlte Scheiße labert und sagt, ja, ihr Kinder, wie wagt, wie könnt ihr es wagen, euch Gott entgegenzustellen? Dies ist der höchste Verrat, den man an den Tag legen kann. Dann übersetze ich für mich einfach, der Finn ist scheiße, dass wir gegen ihn kämpfen. Es kommt aufs selbe hinaus, aber es ist um Weitem nicht so cool, wie wenn du es wirklich eins zu eins hast, wenn du wirklich, ähm, weil ich meine, das kann ja jeder sagen, kann ja jeder kommen und sagen, ja, du bist scheiße, weil du gegen mich kämpfst, ja. Aber Kadori ist halt so ein, so ein Typ, so ein total arrogantes Arschloch, der halt, der dich wirklich einfach mit Wörtern disst. Und, äh, ich finde, das kommt halt einfach genial, äh, besser, wenn du das so übersetzt. Genauso wie mit Nanjo, weißt du, Nanjo hat auch, äh, so eine, so eine krassen Sprüche drauf. Und einfach die Art und Weise, wie er das sagt, das ist, das macht ihn einzigartig. Und wenn ich das nicht so übersetze, dann, äh, kann das, dann kann das auch Brown gewesen sein, der das sagt. Dementsprechend, äh, hier schon mal so ein bisschen Eigen, äh, Kritik, äh, Kritik gegen mich. Was ich dann natürlich auch ziemlich lächerlich finde und entschuldigt gerade, ihr seht das wahrscheinlich, ich schneide gerade immer, weil mir manche Punkte dann wieder entfallen. Ähm, ich fand's nicht in Ordnung, dass man nicht, teilweise überhaupt nicht flüchten konnte bei Gegnern, die, äh, eigentlich total leicht waren, ne, da konnte, äh, wenn Diesel vor dir stehen oder die Nachbarskatze von nebenan, konnte es bei beiden nicht wirklich flüchten und das fand ich nicht so wirklich in Ordnung. Äh, trainieren und so gut und schön, aber dass dann, ne, weißt du, ähm, dass man da quasi auf dieses, ähm, kontaktieren zurückgreifen musste. Auch so der nächste Punkt. Ich fand kontaktieren am Anfang ziemlich geil, so, weißt du, so als Hobby-Psychologe und so, wie schaffst du's, wie kannst du's schaffen, den Gegner zu manipulieren. Aber ich glaube, ich bin da auch kein Sonderfall, äh, wenn's darum geht, einfach mal durchzuklicken, wenn's einem zu nervig wird. Da hatten wir natürlich auch wieder diese Sache, dass ich einfach Wörter wieder hatte, die ich nicht kannte oder so, wie Brack oder so, weißt du, so prahlen, so ne, jetzt weiß ich's, ja, jetzt weiß ich's, aber, äh, ich hab mir ja vorgenommen, dass ich mir die Wörter einpräge, aber ich hab wahrscheinlich nur so 10% davon gelernt oder so, weil ich ja letztendlich auch zum Schluss durchgeklickt habe. Äh, das Problem ist eben halt auch, dass es, äh, zum einen manchmal überhaupt gar keinen Sinn gemacht hat, dass du Level 51 warst und der war Level 50 und du hast es geschafft, aber du hast die Karte nicht gekriegt. Dementsprechend geh ich einfach davon aus, dass das ein Bug war. Und auf der anderen Seite, dass du dreimal dasselbe machst und es hat dreimal funktioniert und beim vierten Mal funktioniert's nicht und das, ich meine, es macht halt Sinn, ne. Ich meine, kein Mensch erzählt viermal denselben Witz, ja. Aber, das macht dann halt auch keinen Sinn. Ich meine, auf was soll ich bauen, wenn's dreimal klappt und beim vierten Mal nicht? Dementsprechend, glaube ich, läuft's halt darauf hinaus. Ich meine, wenn wir das wirklich wie am Anfang gemacht hätten, wir haben ja, am Anfang gab's Folgen, wo ich drei Gegner kontaktiert habe und dann war die Folge vorbei. Und wenn wir das wirklich durchgezogen hätten, dann wären wir jetzt wahrscheinlich bei paar 200 oder so. Ähm, ich finde, es ist nicht sonderbar, dass ich das gemacht habe und mich einfach nur durchgeklickt habe. Äh, letztendlich ging's ja auch zum Schluss nur darum, Personas zu kriegen und nicht herauszufinden, äh, herauszufinden, ob der Gärtnerzwerg mich jetzt mag und vielleicht, äh, mit Maki Eis essen gehen will oder nicht. Das war ja zum Schluss total irrelevant. Ähm, was ich auch noch so sagen muss, da gab's zwei, drei Szenen, wo ich, äh, mit einem Gegner interagiert habe, wo ich so meinte, boah, der ist total lustig oder so. Da hab ich mir überlegt, ob ich das Ganze auch auf Englisch übersetze, aber es war mir ehrlich gesagt zu viel, aber kommen wir gleich noch hinzu. Äh, ich muss mal kurz überlegen, ob mir noch irgendwas einfällt. Und, äh, ich glaub eher nicht so, wie gesagt, sollte ich irgendwas vergessen haben? Nimm mir, nimm mir mal an, ich hab mich derbe über irgendwas aufgeregt. Schreib's bitte runter, ich hab jetzt wirklich keinen Bock, äh, mich jetzt hier wieder fertig zu machen, weil mir irgendwelche Sachen entfallen. Es war lang genug, ne, ich glaub, man hat da einen guten Einblick gekriegt. Ähm, was mir jetzt noch sehr, sehr wichtig ist, ist, ah ja, eine Sache hab ich noch, und zwar, ähm, Atmosphäre. Ich hätte, das war's, was ich vorhin sagen wollte, ich hätte auf die neuen Zwischensequenzen verzichten können, wenn man mir dafür die alten Sound-Effekte gegeben hätte. Ich sag's wirklich noch mal jetzt hier mit der Hand auf den Tisch, was auch immer das jetzt grad für Sinn gemacht hat. Ich, ich hau jetzt auf den Tisch, sagen wir's so. Ähm, ich hab ja hier dieses, ähm, dieses Intro vom ersten Teil da aufgenommen und so. Und ganz ehrlich, ich, ich scheiß mir bei der PS1-Version so gedankenmäßig manchmal echt in die Hosen. Das war teilweise, ich hab ja wie gesagt nur so eine Stunde gespielt, anderthalb, und hab dann immer noch so ein bisschen auf YouTube nebenbei geguckt. Äh, also Sachen, die wir im Let's Play schon hatten, nur halt PS1-Version. Und ich fand das total atmosphärisch, Mann. Äh, sicherlich haben sich die einen Sachen wiederholt, weil ich auch so meinte, okay, wenn du im Unter-, wenn du im Subway bist, dann hörst du so diese plätschernden Schritte. Das hat sich dann später auch wiederholt. Äh, ich mein, ich fand das so genial, so diese, diese Sound-Effekte, diese, äh, wenn, wenn D'Angelo seine Sniper ausgepackt hat, dann hast du richtig gehört, wie er nachgeladen hat. So, du hast richtig diesen Schuss gefühlt, und es hat hier einfach gefehlt. Und ich weiß nicht, warum, ne? Ähm, ich kann's minimal nachvollziehen, dass man, äh, Sound-Tracks gewechselt hat, so minimal, dass man da dieses K-Pop-J-Pop-Gedöns reingemacht hat, weil's eben halt im dritten und vierten Teil so gut ankam. Aber es ist hier halt ein Remake, ne? Das ist natürlich die Frage, wie definierst du jetzt ein Remake? Aber ich hätte ganz gerne von alten Sachen, äh, Sachen, die, die, die alt sind, die neu gemacht werden, hätte ich gerne irgendwie dasselbe, nur vielleicht so, äh, mit, mit, ja, verbesserten Sachen. Sie haben's ja beispielsweise verbessert, dass man im Kampf Speed drücken konnte. Das ist ne Verbesserung. Aber, äh, das heißt nicht automatisch, dass sie bei nem Remake irgendwas wegmachen sollten, was gut war. Aber gut, vielleicht war das ja damals total scheiße, ja? Ich weiß es nicht. Also, ich fand's schade, die PS1-Version, äh, bietet definitiv ne voll krasse Atmosphäre, und ich glaube, ich würde allein wegen dieser Atmosphäre, würde ich das irgendwann mal let's playen, wirklich, also, wenn ich, äh, ich sag's euch, Leute, wenn ich mal wirklich irgendwann total lange Weile hab, ich spiel, wobei, scheiße, ich wollte grad sagen, ich spiel die PS1-Version und dann auf Hardcore, ja, das Problem ist, dass die PS1-Version wieder keinen Schwierigkeitsgrad hat. Äh, aber ich denk mal, das würde eh nicht so lange dauern, weil, wie wir alle wissen, haben wir nicht nur Afro-Amerikaner drin, sondern wir haben weniger Kämpfe und kriegen mehr. Ja, also, ich schätze mal, das wird sich dann wahrscheinlich halbieren, dann sind wir nicht bei 130, sondern bei 75 oder so. Ja, schauen wir mal. Also, ich fand's wirklich sehr, sehr schade, aber gut, jetzt kommen wir mal, äh, zur, äh, anderen Seite, wie auch schon bei Devil May Cry 4 und auch vielleicht schon davor, weiß gar nicht, ob ich's schon mal, schon mal davor gemacht hab, würde ich gerne mich jetzt hier ein bisschen, mich und meine Arbeit hier ein bisschen kritisieren, weil ich total das Bedürfnis habe, ähm, und zwar folgendermaßen, äh, ich mach das jetzt auch nicht, um besser dazustehen, weil ich seh mich da ein bisschen hardcore kritisch. Ähm, was mir hier tierisch auf den Sack gegangen ist, ist, äh, die Tatsache, dass ich ständig gesagt habe, bei Persona 3 und 4, bei Persona 3 und 4, wisst ihr, da hab ich mich manchmal so, da, da dachte ich manchmal so, ich höre mir hier so eine Diebe an, weißt du, so nach dem Motto. Ja, bei Persona 3 und 4 war das aber anders, wieso ist denn das jetzt hier so anders, ich komm damit nicht klar, ne? Das Problem ist eben halt, dass ich, ähm, Persona 3 und 4 gespielt habe und mich beschwert hab, dass es im ersten nicht so ist. Das ist ungefähr so, wie wenn ich in die Steinzeit gehe und mich beschwere, dass ich kein Internet hab. Es macht keinen Sinn. Wenn Persona 1 irgendwas Tolles gemacht hätte und es im dritten nicht mehr da ist, dann macht es Sinn, weil dann reden wir von Vergangenheit zur Zukunft. Aber in diesem Sinne rede ich von der Zukunft in die Vergangenheit, ne? Dementsprechend, ich kann mich nicht über Sachen beschweren, die zu dem Zeitpunkt nicht feststanden. Ich kann mich beispielsweise nicht beschweren, was ich nicht gemacht hab, aber ich kann mich nicht im ersten hinstellen und mich beschweren und sagen, ja, im dritten Teil konnte man aber mit seinen Hauptcharakteren flirten. Ja, das war im dritten Teil und die Leute, die am ersten gearbeitet haben, die waren noch nicht so weit. Beziehungsweise, äh, muss ja auch nicht sein. Die hatten dann eben halt die Idee einfach nicht. Und das ist so eine Sache, die ist mir tierisch auf den Sack gegangen, so, äh, die ersten zwei, drei Mal. Äh, man muss ja dazu sagen, ich hab mir das Let's Play quasi zweieinhalb Mal angeschaut. Er sagt gleich, warum. Ähm, so die ersten beiden Mal dachte ich mir so, haha, ja, lustig und so, aber irgendwann echt, ich hab da teilweise echt, bin echt sauer geworden, äh, weil es halt auch keinen Sinn macht. Ich meine, ich kann mich, ich kann mich von mir aus freuen, dass ich so ein bisschen Hintergrundwissen hab, dass ich jetzt wusste, okay, boah, Dia, das ist voll der Zauberspruch oder so, weil das kann ja auch helfen, ne. Wenn du Personas fusionierst und siehst, da steht, äh, Media Rahan. Gut, man kann jetzt auf die Attacke gehen und sehen, was da unten steht, aber es, äh, lockert das vielleicht ein bisschen auf, aber so ein Grundprinzip kannst du dich nicht hinstellen und dich über Sachen beschweren, die es zu dem Zeitpunkt eben halt noch nicht gab. Ist genauso wie, ähm, ich kann mich, ja, äh, so eine Sache in GTA 3 zum Beispiel, man konnte in GTA früher ja nicht schwimmen. Gut, da hab ich mich früher auch beschwert, aber, ähm, beispielsweise, ich kann mich nicht in GTA 1 beschweren, dass das Ganze aus einer Vogelperspektive spielt und in GTA 3 in 3D, weil damals, da war man, da wollte, da wollte man das einfach nur nicht machen. Es ging ja nicht darum, dass es nicht konnten, sie hatten es einfach nicht im Kopf und das finde ich, ich finde es halt mies. Ja, aber, ja, mein Gott, ist halt passiert. So, ähm, was ich dann auch wieder nicht toll fand, war die Tatsache, dass es sich das Ganze so in die Länge gezogen hat, ich meine, das Spiel ging jetzt irgendwie so 60 Stunden oder so, also man hätte das Ganze auch locker in einer Woche, äh, ja, in einem Monat, nicht in einer Woche, äh, in einem Monat schaffen können und ich will jetzt auch nicht wieder auf die Tatsache anspielen, dass ich einfach unfähig bin aufzunehmen, wenn andere da sind. Das Problem war halt, wie gesagt, einfach, dass ich, ähm, zwei von drei Festplatten zur Verfügung hatte, dass Devin McCry mich gestresst hat, dass die Kanalsperrung mich minimal demotiviert hat, ähm, und so weiter, also das war einfach ein bisschen doof und, ähm, ja, wie man, ich weiß nicht, hat's wahrscheinlich keiner getan, sich jetzt die ganzen, äh, Daten rausgeschrieben, so von wegen, wann hat der Typ aufgenommen, einmal am 19. Januar, dann wieder am 23. Also es war auch, ja, es war halt so, ich würde sagen, acht Tage im Monat oder so, ähm, ich fand's halt doof, ich bin halt nicht so der Freund davon, Sachen unnötig in die Länge zu ziehen, weil sie mir dann dadurch, äh, unnötig, ja, lang vorkommen, also, ja, ich meine, Persona 4 hab ich damals in der Woche durchgespielt, das hat mich sehr mitgerissen, aber irgendwie, ich bin da nicht so Fan von, weil das Problem ist halt auch, dass ich, ähm, dadurch, dass ich das Ganze immer in die Länge zieht, dann immer so, so negativ werde und mir so denke, oh Gott, das hast du jetzt bestimmt schon 20 Mal in dem Let's Play gesagt und dann sage ich Sachen nicht, weil ich denke, ich hab's schon gesagt und dann, äh, hab ich's aber nicht gesagt und auf der anderen Seite sage ich Sachen, die ich schon hundertmal gesagt habe, wo ich denke, ich sag's jetzt zum ersten Mal, wie beispielsweise, oh mein Gott, ich verstehe immer noch nicht, dass Nuklear und Expel zwei verschiedene Sachen sind, das hab ich so oft gesagt, das hab mich auch so tierisch aufgeregt, ähm, aber gut, ja, wie gesagt, ich meinte ja so von wegen, ich hab mir das Let's Play zweieinhalb mal angeschaut, das ist auch so eine Sache, da, ähm, kann man sagen, hab ich einfach ein bisschen schlampig, äh, gehantiert, also, ähm, ich hab ja halt noch den Fehler gemacht und ich hab's mir halt, äh, parallel angeschaut, ne, ich meinte ja dann so in Part 50 beispielsweise, ja, ich hab mir jetzt bis Part 20 angeschaut und, ähm, das ist halt auch so ein Problem, das, das sollte man nicht machen, äh, erstens, weil man, ähm, weil man attackenmäßig einfach nicht mehr klarkommt, weil du quasi, du bist dann in Part 50 und hast aber diese Personas aus dem, aus Part 20 im Kopf und du musst dich da halt immer wieder eintüten und, ähm, ja, ich weiß auch nicht, warum ich das Ganze gemacht hab, wie gesagt, ich glaube, ich hab das vielleicht ein bisschen, ich, ich weiß auch nicht, ähm, naja, vielleicht wegen dem Speicherplatz, also, es war halt nicht gut, sagen wir's einfach so, also, ähm, im Normalfall bin ich dann auch dafür, das Ganze einmal zack durchzuhauen und dann sich anzuschauen, ähm, aber was mich viel mehr gestört hat, war die Tatsache, dass du halt, ähm, dass ich halt immer so einer bin, der, wie man vielleicht gemerkt hat, äh, Situationen einbaut, die mir momentan tierisch auf den Sack geht, beispielsweise diese Kanalsperrung, so, und, ähm, der Mensch an sich kann in der Situation, wenn's ne schlechte Situation ist, natürlich ausflippen, aber man kommt dann natürlich irgendwann an den Punkt, wo man das Ganze vergisst oder man drüber hinweg sieht, ne, und das Problem ist, dass ich durch diese Let's Plays Ereignisse aufnehme, nicht nur positive Ereignisse, sondern Ereignisse, die mir so tierisch auf den Sack gehen und das Problem ist natürlich, wenn ich in Part 26 sage, dass ich tierisch angepisst bin und in Part 28 sage, dass ich drüber hinweg bin und mir diese, ähm, diese Videos aber später anschaue, dann werde ich mit dieser Situation konfrontiert und bin wieder voll im Element. Ich geb jetzt einfach mal wieder ein Hardcore-Beispiel, aber stellt euch einfach mal vor, jemand würde den Tod eurer Eltern aufnehmen, den Tod, nicht irgendwie so Grabstein aufnehmen, sondern den richtigen Tod, und was weiß ich, der hat einen Autounfall, jemand nimmt's auf, jemand stellt's ins Internet, so, und, äh, irgendwann, nicht, natürlich nicht komplett, aber irgendwann kannst du damit umgehen, äh, wenn du Glück hast, äh, aber das Problem ist, wenn du weißt, dass, dass es, dass es eine Datei gibt, die das ganze, äh, diese, diese ganze Situation in der, äh, Gegenwart wiedergibt und du dir das anschaust, dann hast du wieder diese Gefühle in dir und das sorgt dafür, dass du wieder, äh, deprimiert bist. Und so ist das eben halt mit diesem, weil ich die ganze Zeit gesagt habe, ich fand das Labor so scheiße, blablabla, weil, äh, ich hab mir dann immer wieder ab und zu diese Stelle angeguckt, wo ich übelst ausgerastet bin, so von wegen, ja, und keiner guckt meine Videos und so, und dadurch bin ich immer wieder in diese Situation gekommen und, ähm, ich find's halt, also ich weiß selber, dass es, dass es halt eine Situation war, aber ich hab halt bei solchen Sachen immer wieder so Angst, dass da wirklich so, dass es da so wirklich Leute gibt, die sich so denken, okay, der hat jetzt, der ist jetzt einmal in drei Jahren ausgerastet, den gucken wir nicht mehr und das ist so eine Sache, die mir Sorgen macht und deswegen hab ich mich immer wieder dafür entschuldigt, obwohl es überhaupt gar nicht mehr zur Debatte stand, ne, das ist so, wie als wenn einer nach drei Jahren ankommt und sagt, ja, tut mir leid, dass ich dich, äh, vor drei Jahren beleidigt hab, es macht halt keinen Sinn, aber es hat mich immer wieder fertig gemacht, mir das so anzuschauen und Leute, tief in meinem Herzen weiß ich doch, dass es nicht an den Zuschauern liegt, die finden mich doch alle geil, nein, Spaß, es liegt halt einfach daran, dass das YouTube-System scheiße ist, es ist nicht so, dass mich keiner gucken will, weil ich zu viel Niveau hab, es ist so, dass mich keiner findet, weil YouTube so asozial ist, weil neue Sachen dürfen nicht angezeigt werden, weil es wäre zu riskant, man könnte ja Einnahmen verlieren, deswegen zeigt man nur die Sachen, die Geld bringen, so, nur um das jetzt mal auf den Punkt zu bringen, um mich, äh, um das jetzt nochmal zu klären, zu Claire Redfielden, es liegt nicht an den Zuschauern, Gottverdammt, ich will hier keinen in die Pfanne hauen, äh, oder mich krasser darstellen, als ich letztendlich bin, es ist wirklich einfach das YouTube-System, aber, wie das eben halt so ist im Leben, ähm, manchmal rastet man einfach aus und dann, äh, lässt man gerne solche Fakten stehen, ähm, in diesem Sinne hab ich jetzt auch mal wieder eine Persona-Maske von mir fallen lassen, ja, ja, jedenfalls, äh, ich hab mir das Ganze dann, wie gesagt, ein paar Mal angeguckt, äh, einmal, ähm, parallel halt, wie gesagt, was weiß ich, wir waren bei Folge 80, ich war bei Folge 40 mit dem Schauen, ähm, dann hab ich mir das Ganze nochmal angeschaut, komplett, weil zu viel Zeit dazwischen war, ich hab mich, ich war quasi, was weiß ich, im Februar fertig und hab mich dann im April hingestellt und meinte so, oh mein Gott, ich kann mich nicht mal dran erinnern, die Videos müssen total scheiße gewesen sein, guck dir lieber alles nochmal an, weißt du, als wenn ich alle meine Videos löschen würde, nur weil ich mich nicht dran erinnern kann, so, da hab ich mir diese, äh, na nur so bis 111, also die, die, äh, 111 bis 130 hab ich jetzt nur einmal gesehen, äh, da hab ich mir diese 110 Folgen wieder angeschaut, so, und hab aber dieses Mal beim zweiten Mal alles, alle Folgen markiert, bei denen ich nicht richtig übersetzt hab, weil ich mir so dachte, okay, wenn da jetzt eine Folge ist, dann kannst du das ja übersetzen, du, das Problem war, dass ich am Ende bei 40, nee, Quatsch, bei 41 Folgen war, und, ja, dementsprechend, ähm, hab ich dann quasi diese 41 Folgen übersetzt, ich hab im Durchschnitt eine Stunde gebraucht, also das war dann nochmal 41 Stunden pures Übersetzen, ähm, da waren dann, also, ich hab, ich hab, ich bin immer total ausgeflippt, wenn eine Zwischensequenz mit Kandori oder mit Nanjo kam, weil ich ganz genau wusste, die werden so scheiße reden, dass ich wieder erstmal 10 Minuten brauch, um den Satz zu verstehen, ähm, ja, Google Übersetzer hilft und so, wobei, da waren Wörter drin, die hat der da auch nicht so ganz gecheckt, aber, ähm, ja, nicht so von wegen, wie schreiben den Satz hin, sondern ich hab dann jedes einzelne Wort für eine extra Übersetzerseite genommen und hab mir dann irgendwie sowas zusammen gewurschtet, ähm, hier sei mal wieder an der Stelle gesagt, das war sehr, sehr anstrengend und hat mich immer eine Überwindung gekostet, wobei, das war, komfus war's, äh, in dem Sinne, dass ich umso näher ich dem Ende war, umso fauler wurde ich, ich hab mich auch einfach hingestellt, hab acht Videos gemacht, dann am nächsten Tag war's vier und so und zum Schluss wusste ich, okay, ich hab nur noch ein Video und da hab ich dann erstmal eine Woche wieder Pause gemacht oder so, so völlig grundlos, wo, es müsste doch eigentlich andersrum sein, nicht, dass man sich hinstellt und sagt, okay, wir sind fast am Ende, jetzt gibst du nochmal Gas, aber bei mir ist es irgendwie andersrum, weißt du, kurz bevor du die Hausaufgaben fertig hast, fuck jetzt dir den Zettel ab, weil, äh, keine Ahnung, ich weiß auch nicht, wieso, ähm, fand ich nicht in Ordnung, also, ähm, es war halt einfach übertrieben, ich meine, okay, ähm, ich hab halt den Entschluss, die Texte zu übersetzen nicht gleich von Anfang an gefasst, gut, aber, ähm, ja, es ist halt, manchmal beschäftige ich mich zu viel mit den Videos und irgendwo muss man die Sachen auch mal auf sich beruhen lassen und, äh, ich geh jetzt einfach mal davon aus, dass mir keiner den Kopf abschlägt, weil ich vielleicht, äh, ein Wort nicht übersetzt hab, also, hoffen wir jetzt einfach mal zur Not, wird mein Kanal halt wieder gesperrt, äh, Gesperrung wegen Inkompetenz, gut, wenn's, wenn's das gäbe, dann, ähm, hätten wir einige Leute auch nicht mehr auf YouTube, wobei, dann ist wieder die Frage, was ist Inkompetenz, ne, wenn du Inkompetenz für kompetent hältst, dann ist es halt so, weißt du, quasi, wenn du, wenn du zu kompetent bist, dann ist es automatisch Inkompetenz, vielleicht ist es ja so rum, jedenfalls, ja, mh, ich glaub, das war's, es macht jetzt, wie gesagt, auch keinen Sinn, äh, 30 Tage wieder zu überlegen, ob ich jetzt irgendwas vergessen hab, ähm, wie gesagt, wir sind noch nicht am Ende, sollten irgendwelche Thematiken bei gewesen sein, irgendwelche, ähm, Sachen aus dem Spiel, Situationen, also, äh, Sachen, die ich, äh, über die ich geredet hab, oder Sachen, die einfach aus, vom Spiel an sich kamen, äh, schreibt's runter, schreibt runter, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr das eine oder andere vielleicht nochmal ein bisschen mehr behandeln wollt, ob ihr euch vielleicht nochmal drüber unterhalten wollt, wie Brown sich in die Hosen geschissen hat, oder, äh, wann ihr Wahlzettel von mir kriegt für die nächste Bundeskanzlerwahl, dann, ähm, schreibt's in die Kommentare und dann werde ich das quasi bei der Extra-Story behandeln, ich werde dann, keine Ahnung, Zettel ausdrucken oder sowas ähnliches, wenn ich das kann, und dann, äh, trage ich das einfach vor und so, ne, versteht wieder, und so, und, ähm, ja, das war's dann, also, jetzt, nachdem ich quasi drei, vier Monate in diesem Spiel gesessen hab, äh, also ich wollte erst so sagen, okay, vielleicht in ein, zwei Monaten, aber nein, rechnet, rechnet vor Dezember mal nicht damit, also ich würde sagen, wir machen das vielleicht irgendwie so in Richtung Winter, weil es geht ja wohl auch um eine Schneekönigin, von daher, vielleicht können wir minimale Atmosphäre einbauen, die so uns hier dank dieses Remakes genommen haben, und, ähm, ich glaube, wir haben in diesem Let's Play wieder mal, ähm, viel über uns selber gelernt, beziehungsweise über unsere Mitmenschen, dank der Thematiken, die seitens des Spiels und seitens mir behandelt wurden, ähm, ich hoffe, ihr nehmt ein paar Sachen davon mit, also quasi, äh, geht mich wählen, nein, äh, das, äh, keine Ahnung, nehmt irgendwas mit, so, so von wegen, seid nicht so oberflächlich, ähm, beobachtet euer Umfeld, äh, streitet euch nicht so oft, und so ein Käse, und, ähm, es war mir wieder mal eine Ehre, euch die, mir und euch die Zeit zu versüßen, ähm, wie gesagt, wenn jetzt wirklich irgendwas war, was ich vergessen hab, schreibt's runter, und, äh, schreibt drunter, was euch gefallen hat, was euch nicht gefallen hat, könnt ihr diese, äh, Kritik, die ich an mir gebe, vielleicht nachvollziehen, oder so, oder denkt da wieder, ich übertreib hier wieder, wie gesagt, äh, ich hätt's auch gar nicht übersetzen brauchen, ne, das ist es ja, aber, ich kann's, ich kann's halt nicht unperfekt lassen, das ist das Problem, ich hab mich am Anfang hingestellt, hab das Intro, äh, übersetzt, einfach, weil ich lange Weile hatte, und, äh, am Anfang, aber als ich dann mittendrin war, da dachte ich mir so, nein, komm, du machst das jetzt, entweder du machst das ganz, oder du machst das, machst das gar nicht, weil ich hab halt nicht viele Hobbys, aber die, die ich hab, die mach ich perfekt, weißt du, das ist so, es macht keinen Unterschied, ob ich acht Hobbys semi-gut mach, oder ob ich eins hab, und das so übelst krass mach, na, in diesem Sinne, ähm, ich freu mich, ich, äh, wenn ihr, ja, ich freu mich, wenn ihr irgendwas da gelassen habt, Kommentare, Likes, habt ihr sicherlich, und, äh, wie gesagt, wir sehen uns dann wahrscheinlich wieder personatastisch in 1, 2, 98.000 Monaten, mit der Snow Queen Quest, die laut diesen Zwischensequenzen wieder mal total angeht, ähm, ansonsten sollte ich vielleicht zwischendurch noch irgendein anderes Rollenspiel machen, vielleicht hab ich's ja bis jetzt gemacht, keine Ahnung, wenn er jetzt aktuell schaut, dann nicht, wenn er, wenn das Video jetzt schon 3 Jahre alt ist, hab ich sicherlich irgendwelche anderen Rollenspiele gemacht, geh mir einfach mal davon aus, dass die nächsten paar Rollenspiele deutsch sein werden, damit ich nicht so viel arbeiten hab, und, ähm, ich dachte eher so, also ich, in letzter Zeit so dachte ich so irgendwie an Grandia, oder, ähm, Chain of Memories, das ist Englisch, das kann ich nicht bringen, ähm, das hatte ich ja auch nur zur Hälfte fertig, äh, Crisis Core, wollte ich sagen, Crisis Core, Grandia, irgend sowas Tolles, Fantastisches, und dann, ähm, mach ich jetzt hier Schluss, weil mir nix mehr einfällt, wie gesagt, wenn ich was vergessen hab, schreib's runter, und dann, ähm, sieht man sich, Bild da wieder, hoff ich doch mal, ja, in diesem Sinne, bis zum nächsten Mal, see ya, oh, jetzt, find ich gar nicht den Knopf hier zum Ausmachen, das ist ja toll, schon wieder zu lange her, Miep, Spielstand gespeichert, nein, das war's auch nicht, wo ist denn jetzt hier der Knopf, jetzt mal ganz ehrlich, ach, die 1 war's, auch so.